Deutsche Memes, ZUNA! Ahoi auf dem Staffelsee! Die Regina und ich, wir machen hier übrigens keine Bootstour. Sag selbst, was wir vorhaben. Wir wollen den Sack versenken. Den hier. Sie sind unglaublich hässlich. Wie sehen Sie denn ohne dieses Kostüm aus? Noch hässlicher. Hahahaha Bruder! Was macht der denn? Für ne Scheiße, Digga! Es ist so schmutzig, es ist so schmutzig, es ist so schmutzig, es ist so schmutzig. Ich will es nicht mehr anfassen, ich ekel mich davor. Weh, weh, weh! Unzählige Caps, Digga! Schuhe über Schuhe, Badelatschen über Badelatschen. Braucht man das alles? Nee, Diggi. Hab ich es trotzdem gekauft? Joa, bereue ich das? Nö! Ist halt so, Digga! Was soll ich dir sagen? Aber ich habe das Gefühl, wenn die Bullen machtlos gegen dich sind. Hey, krieg mich nicht! Hä? Krieg mich nicht! Ey, krieg mich nicht! Bist du denn für ein Würstchenwerfer? Ey, leg die Würstchen weg! Lies mal vor. Äh, Fixi Hartmann. Gut. Wer ist das? Nochmal! Hör drauf! Sag den Namen nochmal! Fixi Hartmann, oder? Hä? Steht das? Stimmt das? Lies nochmal! Nee, komm, jetzt reicht's! Papa! Mann! Fixi Hartmann! Fixi Hartmann! Ja, was ist denn da dran so? Wie schlimm? Fixi Hartmann! Was? Hör doch auflaufen! Komm! Sie! Wie heißt sie? Fixi Hartmann! Steht! Du kannst dich in der Schule verkacken, wenn du nicht zur Schule gehst! It's that simple! Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Hör doch! Hör doch! Gut, dass wir keine Spanier sind, Annie! Warum? Hä? Wir können doch gar kein Spanisch! Hör doch! Hör doch! Hör doch! Da bin ich aber mal auf ihn gespannt, wie der so ist! Oh, ich glaub das ist er! ich hab gar nichts gemacht gar nichts ich hab nur an die mani an die bier gedrungen an die bier ich trinke nicht viel bier aber heute scheisse gar nur party nur party bis morgen kein schlafen nur party schaut euch das wieder an woher war ich das gescheite das maaaannn frau von meinem stiefvater übertrieben hot finde männlich 20 du findest die frau von deinem stiefvater extrem hot fühl ich digga die frau von deinem stiefvater ist deine eigene mutter papa jetzt wird der spieß umgedreht hilfe da gibt es drei möglichkeiten für dich die erste möglichkeit ist du verpiss dich die zweite möglichkeit ist du verpiss dich und die dritte möglichkeit ist du verpiss dich mich ist absolut widerlich einfach ungeduldig kannst du mir was versprechen ja dass du weiterhin so krasse musik ich möchte eine anzeige machen ja was ist denn passiert ich hab mir ein jubilier überfallen was haben sie ein jubilier überfallen erzählen sie nix oh gott ne kommst du mal du kriegst mich raus aus der straße doch die straße nicht aus mir raus du fuchs du fuchs da steht jetzt so Das war's. Hahaha!